Cristiano ist mehr als unverkäuflich. Er ist die Seele von diesem Madrid. Ich lache über die Frage, weil er uns nicht verlassen wird, solange ich hier bin. Das ist sicher. Ich denke nicht, dass es noch Abgänge gibt und ich will es auch nicht. Wir werden sehen, was passiert, aber ich will nicht, dass uns noch ein Spieler verlässt. Ich erwarte auch keine Neuverpflichtungen mehr. Ich habe ein großes Team und bin damit zufrieden. Mein Ziel ist folgendes. Ich möchte den Spielern das komplette Vertrauen schenken. Ich rede mit ihnen und ich werde ihnen immer dasselbe sagen. Für mich ist das Wichtigste die Gemeinschaft. Dass einer mehr und der andere weniger spielt, ist unumgänglich, weil wir 25 Spieler haben und nicht jeder immer spielen kann. Aber am Ende ist das Wichtigste die Gruppe.